wo ich sie machen peter mit ansage mit dem talon aber okay let's go und guten game sehr schön kilder livery express express kilder geliver vielleicht kann kein ich kann kein englisch express lieferung des kills sagen wir einfach so holt mal da oben rein vielleicht treffe ich ja jemanden oder was sehr schön kriegt da noch ein assist sehr geil kann ja schnell zu zu lennen ja scheiße ich wollte ins gebüsch flaschen damit ich out of vision gehe aber immerhin habe ich noch einen bekommen richtig richtig wichtig geultet oder nein dass sie daran kommen dass sie da an mich rankommen ist ja so an lucky ach kommen jetzt also jetzt kriegt alles zurück was ich im early bekommen habe schade hätte ich gern gehabt aber ist nice sehr wichtig ich werde gerade so schön gefiedert ist richtig gut ich habe gerade ein 700er gold shutdown bekommen ultra gut die krabbe aber nicht gestealt ich kalte den einfach ich kalte den einfach bis zum tod ich habe ihn doch erwischt dachte ich hätte ihn nicht erwischt aber ich habe ihn doch erwischt soo sehr schön sehr schön ich kann jetzt dann wensCH krabbe 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 ist so konnte ich schon lange nicht mehr aber das macht mir übel spaß holifach links macht übel spaß ich lasse mich live stehlen ist noch einer weniger den jetzt gesehen welchen mädt gewesen wieder den gerade gestealt dann wäre aber anders mädt gewesen er bleibt immer auf der stelle stehen und fängt an zu holten der typ ist geil der typ ist geil immer dieses band finger er will noch nicht finischen oder wie einer hier habe ich nicht mehr aber morgen wird wahrscheinlich wieder das schön ging haben und dem morgen wieder am start sein hau da rein danke für die honor danke für die honor es nimmt am gewinnspiel teil falls ich es noch nicht getan habt habt ihr eh schon aber egal hat mir sehr gefallen das stream heute war richtig geil hat spaß gemacht ja ja